Na gut, zurück zum Menü. Neue Runde, neues Glück. Ja, wir waren ein bisschen über der Zeit. Nur ein kleines bisschen. Okay, dann gehen wir zurück nach Ägypten, oder? Ja. Wieso nach 53 Minuten? Nee, 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 nee. Der Stream läuft ja erst seit 46, Wolli. Also, so ist es ja nicht. So. Geht's los, oder? Die hatten wir doch schon, die Kammer der Gefahr, oder? Nee. Doch. Nee. Nicht? Geht ja nicht. Hast du schon gestartet? 0 von 8 Token gefunden. Hast du schon gestartet, ja, ne? Nein. Mein Stream läuft gerade live 46 Minuten, Wolli. Deswegen. Keine 53. Ach so, nicht Wolli. Flo, Entschuldigung. Siehste? Bin total verwirrt. Und der Schicki, der drückt schon wieder an allem rum hier. Guck mal, hier ist Indiana Jones. Oh, das ist meine. So. Oh, jetzt hast du kaputt gemacht. Du hast Indie zerstört. So, ich hab ne Hacke. Kann man die irgendwo benutzen? Oh. Oh. Ach, da ist ein Häkchen auf dem Bild, wenn wir es schon gemacht haben. Okay. Den Hut, den können wir für irgendwas gebrauchen. Was? Putin? Den Hut. Sag mal, hörst du heute ein bisschen schlecht? Den Hut. So. Oh Gott. Das sieht aber kompliziert aus, was du da machst. Ja. Hä? Geschichte vom glücklichen Kamel. Das Kamel trinkt in der Oase, wenn die Sonne im Zenit steht, während sich der Skorpion in der Pyramide versteckt. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist der Vogel drauf? Nee. Fuß. Und Viereck? Nee. Oh, da fehlt noch was. Hier ist zweimal Fuß. Das Fuß, äh, warte mal, Fuß, Dreieck, Dings. Fuß, Dreieck, Dings. Das da, ne? Ja. Da ist Vogel. Da ist der Vogel. So. Das kriege ich raus hier. Ähm. Vogel. Das war das hier. Genau. Da ist das Messer. Da ist das Messer schon eingestellt. Da ist... Dings, Dreieck. Nee. Ja, das klappt, was du da machst. Äh, ja, ja. Das Fuß. Da ist der Fuß. Und jetzt bleibt das hier unten, das fehlt. Das könnten wir jetzt so austesten. Und zwar könnten wir jetzt... Na? 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 Ja, hier, äh, bei diesem Rätsel habe ich ja einen Hinweis bekommen. Ja, wo denn? Und zwar, links ist, äh, das Kamel trinkt in der Oase, wenn die Sonne im Zenit steht. Ja. Wenn sich der Skorpion in der Pyramide versteckt. Skorpion in der Pyramide. Ah, er versteckt sich in der Pyramide. Mhm, okay. Der Dings, äh, das Kamel, äh, war... In der Oase. Das Kamel trinkt in der Oase, wenn die Sonne im Zenit steht. So. Haben wir. So, jetzt haben wir Nummer 1 gelöst. Ja. Jetzt kommt Nummer 2. Das Kamel schläft bei der Pyramide, wenn die Sonne untergeht. Skorpion kommt, äh, in die Oase. Das Kamel schläft aber bei der Pyramide, mein Hase. Ach so, bei der Pyramide, sag das doch. Hm. So, da ist übrigens ein Token. Ähm. Das Kamel wird vom Skorpion in den Sanddünen gebissen, die die Sonne aufbricht. Was ziemlich gemein ist. Ja, finde ich auch. Okay. Noch ein Ball. Sehr gut. Jetzt haben wir schon drei Bälle. Die können wir da unten ins Loch werfen, wahrscheinlich. Guck mal, ich hab auch so einen Ball. Nee. Nee. Ach, die Bälle können wir da raufpacken. Genau. Das ist aber nicht der Wind, was du da in der Hand hast. Das ist definitiv nicht der Wind. Oh, das sind nur Winde. Ah, die haben bestimmt Unterschiede. Da, da, da. So. Oh, so, ja, fast perfekt. Wir brauchen noch eine Kugel. So, der sieht ja? Ja. Oh, guck mal, hier. Und ich hab den schon gesucht. Da ist er ja. Haben wir auch so hingekriegt. Oh, du hast Geld. Oh, da war ein Token. Och. Läuft ein Käfer mit dem Token rum. Echt. Ja, warte. Gleich, ich hoffe, der kommt nicht wieder. Wo ist denn hier der Mülleimer? Da. Das ist der Käfer. Ah, Token. So. Ähm. Ja, wo ist das letzte Rätsel? Das ist gelöst. Das ist gelöst. Wir sind eigentlich hier so richtig, aber... Hier sind wir ja hier nochmal, ne? Na, hier waren wir noch nicht, genau. Warte mal, ich drück mal den Knopf. Ja, dann... Ach so. Äh, was? Warte, warte, warte. Der? Erklär es mir doch, bitte. Na, ich muss grad nachdenken. Der? Nee, du denkst nicht nach. Du lässt mich nicht teilhaben. Na, guck mal, der leuchtet in der Reihenfolge. Und die Reihenfolge müssen wir eindrücken. Glaub ich. Das ist so ein Simon-Sagt-Spiel. Also Mensch... Der leuchtet zuerst. Dann leuchtet, äh, äh, Hühnchen. Und dann Vogel. So. Nee. Nicht? Hä? Ist es nicht Mensch und Vogel zusammen? Ja, drück du doch. Also quasi so. Erst Hund. Nee, pass mal auf. Ja. Erst so quasi. Erst der Hund. Dann Mensch und Vogel. Dann Vogel. Und dann Mensch und Hund. Erster Mensch. Erst der Hund. So, dann der Hund. Dann Vogel, Mensch, Hund. Aber wir können es ja nicht mehr rausdrücken. Ah, genau. Pass auf. Also erst der Hund. Ach, guck mal, die Köpfe sind, äh, sind Vogel, Vogelmensch und Vogelhund hier. Erst der Hund. Ja. Dann der Vogelmensch. Dann... Nee. Nee, erst der Mensch in der Mitte. Dann Hund. Erst der Vogel. Erst der Hund. Vogelmensch kommt jetzt, dann Vogel und Hund und Mensch. Erster Dings. Nein. Dann der Hund. Dann der Menschenvogel. Dann der Vogel und der Menschenhund. Sag ich doch. Sag ich doch die ganze Zeit. Pack mal rauf, das passt schon. Sind alle korrekt ausgerichtet. Haha. Ich glaube, wir sind durch. Hier in der Mitte rein. Wow. Ach, du Scheiße. Nein, noch ein Rätsel. Wie viele Minuten haben wir noch? Ja. Sechs. Wir müssen die Skarabeen zum Ausgang bringen. Das ist der Start. Skarabusse. Skarabusse. Das ist nicht der Ausgang. Das auch nicht. So. Nee, auch nicht. Oder, ah nee. Ich glaube, nicht alle gleichzeitig, ne? Nee. Hä? Kriegen wir überhaupt alle gleichzeitig raus? Nee. Aber ich glaube, das ist hier verkehrt. Nee. Das passt auch nicht. Hä? Die sind gar nicht symmetrisch. Das ist ja Scheibenkleister. Och. Nein, sind sie nicht. Hier. Das ist sie. Och. Wo ist richtig? Ey, mach das wieder zurück. Wie? Das stimmte doch gar nicht. Nein. Warum? Was hast du hier gemacht? Mach doch nochmal. Na, dann mach du doch. Geht das nicht. Musste drehen. Hä? Dreht das Ding jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was du machst. Hä? Warum dreht er sich denn nicht bei mir? Weil man den anklicken muss. Wie denn? So? Ist das richtig? Nein. Muss ja an den Pfeilen dran sein. So. Der ist nicht an den Pfeilen dran. Der ist bei allen an den Pfeilen dran. Nee, auch nicht. Hä? Der ist auch nicht bei den Pfeilen dran. Wie soll das funktionieren? Der auch nicht. Verstehst du mein Problem? Ist egal, was man hier einstellt. Der ist eher bei den Pfeilen dran. So. Und dann wäre irgendwas hier drin. So. So. Nee, auch nicht. So. Ja. Doch, 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 doch. Ich bin gerade. Doch, jetzt. So. Und jetzt sind den drinnen und drinnen. Der ist immer wieder zurück. Ja. Ja, ich bin doch gerade dabei. Ich kann aber nicht drehen. So. Den kannst du nur drehen. Scheinbar kannst du welche drehen und ich nicht. So, jetzt. Nee, der nicht. Andersrum. Noch weiter. Nochmal drehen. So. Ja, ja. Halt. So. Auch nicht. Nochmal. Nee, zurück. Ja. Jawohl. Okay, jetzt. Holt uns. Holt uns. Yeah. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir haben vier Token nicht gefunden, aber. Aber wir waren in der Zeit. Wir waren in der Zeit. Easy peasy. Gleich ins nächste, ja. Wir werden so langsam schon wieder ein bisschen prohafter, ne. Ups. Wo sind wir denn hier? Hier darfst du nicht runterfallen, ja. Vorsichtig. Bleib. Vorsichtig. Bleib stehen. Nicht runterfallen. Okay. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Also. Endlich habe ich den Gipfel erreicht. Unnötig zu sagen, dass die Aussicht alles erfüllt, was ich erwartet habe. Meine Gefühle sind durcheinander. Auf der einen Seite bin ich froh, dass ich es geschafft habe. Aber auf der anderen Seite habe ich das Bedürfnis, weiterzugehen. Ich weiß nur, dass ich mich beeilen muss, denn mein letztes Ziel ist noch nicht erreicht. PS. Ich habe es gefunden. Weißt du Bescheid, ja. Das war die ultra wichtige Nachricht. Guck mal, ich sammle hier schon mal Gegenstände. Hey. Ich stelle es doch bloß hier hin. Es ist falsch, was du da machst. Das fällt doch immer um. Schwerkraft. Kack. So. Hier ist auch noch einer. So, hier ist auch noch ein Zipfelchen. Was haben wir denn hier? Eine Flasche. Was ist denn da drin? Oh. Ich habe einen Deckel gefunden. Warum auch immer. Ich kann wahrscheinlich was zuschrauben. Was ist das da oben? Keine Ahnung. Ich drehe. Da ist ein Ankh drin, aber... Man kann es. Man kann es drehen. Hier ist ein Hebel. Oh. Was stellst du da jetzt ein? Ich habe keine Ahnung. Stein, ich... Hier, guck mal, da oben. Ah, wir müssen da oben einmal dieses Muster einstellen. Oben sind Striche nur, oder was? Oben sind Striche und unten... Masern. Und wie sind die Masern? Striche und Masern. Oben sind Striche und unten... Achso. Achso, das ist das Striche und Masern. Da. Ja, haben wir doch. Und unten ist... Such den Hang. Wow. Kommt der Nächste. So. Hier haben wir einmal... Oh, das ist aber... Eine Eule war da... Oh. Eule und Zelt. Ach du Scheiße. Was? Was? Eule und Zelt. Eule und Zelt. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Hier, das Rätsel ist hier. Achso. Ja, ja, ja. Eule und Zelt. Oh, da kommen... Da kommen hier die Plümpels drauf. Hier so. Ja, Plümpel. Ich stelle die erst mal rauf. Ne, der passt nicht. Der ist zu groß, der Plümpel. Der? Nö. Ist kaputt. Eule und Zelt. Hier, guck mal hier. Was denn? Eule und Zelt ist doch hinter dir, Mann. Guck mal da unten. Guck mal da unten. Guck mal da unten. Guck mal da wird was... Ähm... Weiß. Hier, guck mal hier. Da. Da unten muss der... Nein, guck doch mal da unten. Was wird denn da weiß? Guck doch mal. Ne, ich guck doch... Jetzt muss ich hier nochmal den einstellen. Ich muss da nicht mehr da... Jetzt ist alles eingestellt. Siehste? Unten. Ja, ich... Keine Ahnung. Jetzt ist das hier aufgegangen. Zack. Ist hier ein Knopf. Und der Knopf kommt... Hier vorne rein. Hier hin. In. In der Knopf hin. Hier. Hä? Da kommt bestimmt kein Knopf hin. Aber irgendwo kommt... Ach, hier. Sag ich doch da vorne. Und die kommen... Hier drüben hin. Und die müssen jetzt... Besonders angeordnet werden. Ganz besonders. Einige Slots... Kannst du mit Space drehen. Ach, du Scheiße. Da fehlen noch zwei, ne? Hast du schon mal... Überall nachgeguckt hier? Hier bestimmt. Was ist das hier? Das hier müssen wir ordnen. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Hier die Laser müssen wir abschießen. Pew, 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 pew. Ich habe keinen Plan, wo das hier benutzt wird. Ach so. Ich habe einen Laser abgeschossen. Ja, jetzt muss ich... Genau, löst das doch mal hier. Ja, ich weiß doch nicht, was ich hier lösen soll. Hier oben ist es der, den du drehen musst. Nee. Doch. Du musst alle drehen. Ach so. Du musst alle drehen. Ich muss alle drehen. Oh, da. Hier oben ist das schon mal... Da muss schon mal das Zelt hin. Nein, da muss der Vogel hin. Nein. Siehste, geht nicht. Nee, hier ist der Knopf doch erst. Ja, geht nicht. Sag ich doch. Knopf. Das ist aber ein schwieriges Rätsel. Hey. Jetzt musst du das anordnen nach... Gewicht. Größe. Habe ich schon. Oder andersrum. Geht da auch nicht. Ah, ich weiß schon. Guck mal an den hinteren Rand da. Die Türme hinten im Hintergrund. Stimmt. Guck mal, jetzt haben wir hier eine Säule. Ui. Ja auch. Was passiert jetzt? Ach. Och. Ähm. Oh, das passt sogar schon. Stimmt. Ja. Oh. Dann bist du da und... Tada. Boah, bin ich gut. Oh, Eigenlob, Alter. Hm. Das Beste. Ach, jetzt müssen wir das Sternzeichen bauen. Ach, du Kacke. Wir müssen echt Sternzeichen hier schießen. Du Scheiße. Mit der Steuerung? Äh. Schwierig. Äh. So. Und. Äh. Alter. Wow. So. Jetzt haben wir... Also die Sternzeichen, die bauen... Äh, meinen wir nicht nach, ne? Aber was... Aber... Was können wir denn hier noch tun? Was müssen wir da tun? Ramidenaufgang. Ach, guck mal da hinten. Was ist am weitesten weg? Hinter... Äh. 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 Was siehst du im Hintergrund? Das hier ist in der Mitte. Nee. Das hier ist in der Mitte. Nee. Das ist in der Mitte. Das ist mit dem Weg hier. Der ist in der Mitte. Hä? Was ist dann der da? Dann ist der da drüben. Der hier ist rechts. Hinteres rechts. Ja. Ja. Nee. So rum. Okay. Jetzt müssen wir hier... ... diese vier Knöpfe drücken. Oh. Und zwar das, was wir sehen wahrscheinlich, ne? Ich sehe hier drüben ein... Was sehe ich denn hier? Eine Qualle? Nee. Oh Gott. Siehst du da irgendwas Brauchbares, oder? Ich sehe auf alle Fälle das da. Ja. Das könnte hindern. Hier drüben ist noch einer frei. Das nicht. Nee. Nee. Jawoll! Jawoll! Das ist ja super, ey. Das läuft ja wie geschnitten Brot. Shelley hinzüffelt. Nein.